Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, heute ausnahmsweise richtig erraten, hier geht es hinauf zur Teufelsteinhütte. Wir sind von hier hinten gekommen, von der Kammersteinerhütte und wir gehen dann hier weiter, wir gehen dann hier weiter Richtung Franz Ferdinand Schutzhütte. So, danke sehr. Um den Hund herumgehen. Passt. So, gehen wir da oben. Einige Verwirrung. Jetzt wollten einige rauf zur Teufelsteinhütte, aber das war ein Irrtum, weil ich habe nur ein Video gemacht. Na, 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 so schaut's raus. Ende.